Musik Herzlich Willkommen auf dem Campingplatz am Auensee in Leipzig. Sie finden uns mitten im Herzen von Leipzig in idyllischer Auenlandschaft. Unsere Gäste sind sowohl Städtetouristen, Radler und Campingfreunde aus dem In- und Ausland. Musik Gut ausgestattete Unterkünfte bietet unsere Siedlungsanlage. 47 rustikale Blockhäuser in verschiedenen Qualitätsstandards inklusive WC und Dusche. Musik Elf Finnhütten für zwei Personen laden Sie zum Übernachten ein. Musik Der modern ausgestattete Sanitärtrakt in zentraler Lage erfüllt alle Ansprüche und ist barrierefrei. Musik Unsere Gaststätte steht allen Campinggästen, Radlern und Spaziergängern zur Verfügung. Musik Unser Campingplatz liegt direkt am Elsterradweg. Für Radler somit immer eine begehrte Anlauf- und Übernachtungsmöglichkeit. Musik Die belebte Messestadt ist mit allen Verkehrsmitteln hervorragend erreichbar. Musik Ein Radweg führt direkt in die Leipziger City. Musik Erlebenswerte Ausflugsziele sind die Naherholungsgebiete. Musik Auch Sightseeing wird in Leipzig groß geschrieben. Ob in der Innenstadt oder außerhalb, zu erleben gibt es in der Kulturstadt jede Menge. Musik Der Campingplatz Auensee freut sich auf Ihren Besuch und wünscht Ihnen unvergessliche Erlebnisse in Leipzig. Musik 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 Musik